Hier bei dem netten jungen Mann kann man sich einen Burger, Pommes bestellen, was man essen möchte und kriegt es dann am Tisch serviert. Das hört sich super lecker an. Hier kann man dann schön sitzen. Hier gibt es eine Tapas-Bar. Dann kann man sich verschiedene Tapas nehmen. Das ist auch super lecker. Da werde ich jetzt gleich mal mit anfangen. Und schöne, mal schöne Tapas und alles werde ich jetzt mal essen.